In einer staubigen Kiste auf dem Dachboden seines verstorbenen Vaters entdeckt ein Mann vergessene Briefe. Diese Briefe sind mehr als nur alte Dokumente. Sie sind Schlüssel zu seiner wahren Identität. Mit jedem gelesenen Wort wird er von einer Welle der Emotionen überwältigt. Enthüllt wird nicht nur seine Familiengeschichte, sondern auch Geheimnisse, die über Jahrzehnte verborgen blieben. Der erste Brief erzählt von einer traumatischen Kindheit, geprägt von Verlust und Verzweiflung. Der zweite offenbart, dass sein Vater eine geheime Beziehung zu einer Frau hatte, die er nie gekannt hat. Je tiefer er in die Briefe eintaucht, desto mehr Fragen stellen sich. Wer war sein Vater wirklich? Und was hat ihn dazu getrieben, seine Vergangenheit zu verbergen? Der Mann spürt eine Dringlichkeit, die Puzzlestücke seiner Identität zusammenzusetzen. Diese überraschenden Enthüllungen bringen nicht nur seine eigene Geschichte ans Licht, sondern auch die Tragik und den Mut seiner Familie. Es wird klar, dass Erinnerungen, egal wie schmerzhaft, eine kraftvolle Rolle in der Gestaltung unserer Identität spielen können.